Es ist ruhig im Nexus, aber gleich nicht mehr. Ich werde ein wenig live streamen und ein wenig heißt, dass ich sehr lange mache. Ich habe Bock gerade ein bisschen zu streamen, ist ein bisschen früher als sonst, aber egal. Ich werde wieder ein bisschen händiger später spielen, aber jetzt erstmal meine Level 8-Helden noch auf Level 9 bringen. Das ist erstmal mein Ziel und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Zwischendurch werde ich glaube ich vielleicht noch ein bisschen Lords of the Fallen spielen, vielleicht auch vorher sogar. Ich weiß es nicht, mal gucken. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns. Bis gleich.